Ich zeige euch, wie ihr Schritt für Schritt den brandneuen Metz Lunis 42 OLED einrichtet und somit auch nahezu jeden Metz Classic Fernseher. Nach einem kurzen Intro geht's auch schon los. Moin Leute, mein Name ist Ole, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir mit der Einrichtung beginnen, muss der Fernseher natürlich eingeschaltet werden. Die Sprache stellt ihr auf die Sprache, die ihr verwenden möchtet. Welche Farbe das Menü haben soll, entscheidet ihr ebenfalls selbst. Ich nehme hier das dunkle Design. Als nächstes wählt ihr aus, in welchem Land ihr euch befindet. Bei der Energieoption würde ich den Eco-Modus wählen, weil ihr trotzdem ein einwandfreies Bild habt, aber weniger Stromverbrauch. Jetzt kommen auch schon die Einstellungen für den Empfangsweg. Habt ihr das Kabel direkt am Fernseher angeschlossen, was ich empfehlen würde, geht ihr auf nur intern und bestätigt dies. Als nächstes setzt ihr den Haken bei dem Empfangsweg, welchen ihr nutzen möchtet und geht auf weiter. Ich zeige euch hier die Anschlusskonfiguration für SAT und diese wird jetzt auch gleich abgefragt. Hier wählt ihr in den meisten Fällen Single SAT aus. Alle anderen Möglichkeiten werden beim Auswählen beschrieben, diese sind aber eher selten. Bestätigt mit OK und wählt dann die Satellitenposition aus. Diese setzt ihr auf 1 und bestätigt erneuert mit OK. Nun könnt ihr den Satelliten auswählen. In Deutschland ist dies der Astra 19,2 Grad E. Bei der Methode würde ich euch die Schnellsucher empfehlen, da ihr dort in der Regel alle Sender findet. Die Sortierung würde ich auf Mets Standard setzen, dadurch habt ihr gleich eine sehr ordentliche Senderliste. Über Weiter gelangt ihr zur vorletzten Einstellung vor dem Sendersuchlauf. Die LMB-Versorgung sollte auf Eingestellt sein, der Rest kann ausgeschaltet bleiben. Die letzte Einstellung, die ihr nun vornehmen müsst, ist, welche Sender gesucht werden sollen. Wollt ihr später Pay-TV schauen, dann wählt ihr alle aus. Wollt ihr dies nicht, dann wählt nur Unverschlüsselte aus. Der eingebaute Tuner sucht nun alle verfügbaren Sender. Dies dauert in der Regel 5 bis 10 Minuten. Ist das erledigt, klickt ihr auf Suche beenden. Nun wird die Netzwerkeinrichtung vorgenommen. Über Automatische Suche werden euch alle Netzwerke, die in der Reichweite sind, angezeigt. Sucht euer Netzwerk aus und gebt anschließend euer WLAN-Passwort ein. Damit ist die Installation beendet und ihr könnt auf Installation abschließen gehen. Die Senderliste ist ja nun voreingestellt. Wollt ihr diese allerdings anpassen, geht ihr ins Menü und im Anschluss auf TV Senderlisten. Also mal angenommen, ihr wollt jetzt NDR-MV auf die Sender Nummer 3 legen. Dann wählt ihr den Sender aus, geht einmal nach rechts und klickt auf Verschieben. Nun könnt ihr ihn zur Nummer 3 schieben und mit OK die Nummer bestätigen. Im Menü wählt ihr Markierungen entfernen und habt somit erfolgreich den Sender verschoben. Selbstverständlich könnt ihr hier aber auch einfach die Nummer eingeben, anstatt einmal durch die komplette Senderliste zu gehen. Sendungen aufnehmen geht einfach über den EPG. Ruft diesen auf und wählt den Tag und die Uhrzeit aus, wann die Sendung kommt, welche ihr aufnehmen möchtet. Klickt dann auf die Sendung mit OK und auf Aufnehmen. Habt ihr euch verklickt oder wollt die Sendung nicht mehr aufnehmen, wählt ihr einfach auf dem Bildschirm nochmal die Sendung aus und geht wieder auf Aufnahme beenden. Die Mediathek ruft ihr wie üblich über den Red Button auf. Dieser liegt auf der linken Seite der Fernbedienung. Den Eingang könnt ihr über die Source-Taste wechseln. Hierüber könnt ihr dann ebenfalls Medien von einem USB-Stick wiedergeben. Falls jetzt bei euch noch Fragen offen sein sollten, schreibt diese gerne unten in die Kommentare. Das war's auch schon von mir. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Hilft uns sehr und das sogar kostenlos. Ansonsten bis zum nächsten Video. Haut rein.